Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo zum Community-Projekt, wo es schon mal einen Poster dazu gab. Und zwar, jetzt hier auch ebenfalls anwesend ist, Kurga, Fyster und Darion. Moin! Moin! Und derjenige, der gerade in Helikopter spielt, ist unser Host und der Veranstalter des gesamten Events, und zwar Fyster. Ebenfalls verlinkt in den Kommentaren. Und ja, wie kann man an diesem Projekt teilnehmen? Also, wünschenswert ist natürlich, wenn ihr Erfahrungen in Life is Feudal habt. Das ist nämlich ein Projekt, wo es darum geht. Und das Spiel ist ein bisschen komplexer und braucht viel Einarbeitung, und je mehr Basiswissen die Leute da mitgebracht haben, desto besser. Wir haben uns auch schon mal ein bisschen eingespielt und aufgebaut, grundsätzlich. Und ja, wie geht es in diesem Projekt voran? Ganz kurz erwähnt, es wird ein Server sein für 64 Spieler, auf einer Map, die relativ Europa nachgefunden ist. Ihr seht die hier. Ich habe die mal eben aufgemacht. Und dort wird es zwei Lager geben, zu je wahrscheinlich um die 30, 32 Spieler. Einmal das Lager, das sich rund um Fyster und Kurga aufbauen wird. Und Starion wird dort ebenfalls mitmachen. Und dann einmal das Lager Udwin. Das wird eben von mir quasi... Ich bin so das Vorzeigewild dafür. Ich würde es nicht mehr sagen, unbedingt Anführer, aber zumindest die Vorzeigeperson, der Adelige quasi dort. Und diese beiden Häuser werden dann quasi mehr oder minder parallel voneinander arbeiten. Sowohl Kurga als auch Fyster als auch ich werden das dann immer streamen am Montagabend. Und wenn ihr genau was zum Projekt wissen wollt und wenn ihr an dem Projekt teilnehmen wollt, könnt ihr gerne in der Beschreibung gucken. Dort habe ich einen Discord-Server von Fyster verlinkt. Und da hat er ein Formular, ein Bewerbungsformular reingestellt. Also ihr müsst erstmal dem Discord beitreten, dort zustimmen. Und dort könnt ihr ein Formular ausfüllen, um euch dort zu bewerben. Und alles weitere seht ihr dort und auch die ganzen Sachen, die benötigt werden. Wollt ihr irgendwas hinzufügen? Habt ihr irgendwas vergessen? Nee, du als unser Pressesprecher hast das jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst, finde ich. Wichtig ist natürlich noch so, bitte meldet euch nur bei dem Projekt an, wenn ihr wirklich immer montags zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr Zeit habt. Bitte meldet euch nicht an, wenn ihr das jetzt nur 1, 2, 3 mal mitmachen könnt und dann habt ihr keine Zeit oder keine Lust mehr. Also das ist schon wichtig, dass dann Leute mitmachen, die dann auch immer montags um diese Zeit halt mit da sind. Das ist vielleicht noch ganz wichtig mit zu erwähnen. Genau, dass die Zeit da ist und für alle Leute, die Lifestreetler jetzt nicht kennen und trotzdem interessiert sind, wir werden es ja immer natürlich noch gucken, wer genommen wird. Aber ganz kurz erwähnt, das Spiel ist wirklich sehr, sehr komplex und man muss sich sehr spezialisieren. Deswegen nehmen wir auch wirklich einen Server mit so vielen Spielern und machen auch nur zwei Lager statt mehrere, weil man wirklich viele Spezialisten braucht. Man braucht eigene Holzfäller, man braucht eigene Landwirte, man braucht hier eigene Schneider und Schmiede. Man braucht sehr viele Spezialisierungen und dementsprechend... Was willst du mit mir handeln? Ja, ich will dir jetzt mal was geben. Das habe ich mit Liebe zubereitet. Oh, du hast einen gebratenen Lachs gemacht. Geil. Ja. Okay, dann gönne ich mir den gleich mal. Perfekt. Dankeschön. Aber ja, das Spiel ist relativ oldschool, was die ganze Steuerung angeht. Erinnert an relativ alte MMOs, was das angeht, weil man sich sehr viele Sachen einfach so mit Klick machen muss. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen will, man möchte schaufeln, Boden anklicken, dann kann man umschaufeln und solche Sachen machen. Ja, drück mal F3, ey. Das sieht gut aus. Ja, der F3, um die ganzen verschiedenen Höhenstufen zu sehen. Das Spiel ist sehr, sehr komplex und man muss sich da echt ein bisschen einfitzen. Also für Leute, die etwas Casual-mäßig suchen, ist es weniger was. Es ist dann für die Leute, die diese drei, vier Stunden voll in eine komplexe Mechanik eintauchen wollen. Also eben Leute, die im Idealfall schon Lifesviertel kennen und schon Erfahrungen da mithaben. Okay, ja. Das wär's, aber... Weißt du, ich mach auch mal mit. Seien Sie warmherzig. Das ist schon cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, freue ich mich drauf für alle, die mitmachen. Bin mal gespannt, wie viele sich da zusammenfinden. Und ja, nächsten Montag geht's los. Das müsste dann vom Datum her der... Schauen wir mal, das ist der 30. Der 30. September geht's dann 18.30 Uhr los und dann eben so immer bis ca. 23 Uhr und das dann jede Woche am Montagabend. Okay? Genau, alle Infos auf dem Discord. Genau, da gibt's sechs in der Kategorie, ne. Life is feudal, your own, Community-Projekt. Da, ähm, genau, wenn ihr ange... Also da findet ihr den Bewerbungsbogen jetzt und ein paar Infos dazu. Und wenn ihr dann angenommen werdet, am Freitagabend werden wir uns die Bewerbung halt angucken. Ähm, dann, ähm, bekommt ihr dann eine Rolle auf dem Discord. Und dadurch werden dann weitere Channels in dieser Kategorie freigeschaltet. Und es gibt dann halt auch einmal ein Ping quasi, also ein Add Everyone mit dieser Rolle. Damit ihr wisst, dass ihr angenommen seid. Und da gibt's dann auch weitere Infos, wie's dann bis Montag weitergeht. Genau. Genau. Und, ja, dann freuen wir uns drauf für alle, die mitmachen. Und ganz kurz erwähnt, alles, was ihr hier seht, was wir hier aufgebaut haben, wir haben das zum Einspielen gemacht und zum Angucken. Das hat nichts dann mit dem Projekt später zu tun. Also wo die Lager starten und, äh, wie wir uns aufbauen, das wird dann ganz, was ganz anderes sein. Das ist jetzt bloß zum Reinkommen gewesen für uns allesamt hier. Ganz genau. Alles klar. Dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann eventuell im Projekt oder für alle Leute, die nicht mitmachen wollen, aber es interessiert, dann wahrscheinlich beim Zusehen in den Streams. Wie gesagt, ich werde streamen, äh, Fisto wird streamen, Koga wird streamen. Ihr werdet bei vielen Leuten zugucken können, falls euch verschiedene Ansichtspunkte interessieren. Und dann sehen wir uns dann beim Projekt. Bis dahin. Dabei. Bober. Ciao. Was ist eigentlich, äh, also der erste Balken, was die diese Balken angeht? Der erste ist Lebenspunkt, der zweite ist Ausdauer, ist der dritte Hunger oder was ist das? Der dritte ist Hunger, aber du siehst ja, dass ich, äh, oh, der ist Hunger. Wie kann man denn kämpfen? Wie gehe ich den Kampf los? Ja, mit er gehst du den Kampf los? Bam, Junge. Boxt, boxt den Köter einfach um. Ich schlag den Tod, den blöden Hund. Digga, schweiß E-Rolle oder E-Kopfwagen auf. Du Hundesaut, du. Boah, der macht ja hart-blatt-damage, alter. Los, tötet dich. Voll der Frügelkreis um den Wolf rum, ey. Dreh dir die Tod. Der kommt aus Frankreich, der Wolf. Scheiße. Alter. Oh, guck mal, jetzt, er rennt weg. Nein, nicht hinterher, nicht hinterher, nicht hinterher. Scheiße. Digga, richtiger Opfer, Wolf, ey. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Wölfen.